Musik Wir sind hier in Geritzried in der Metropolregion München in unserem Showroom der Buffet Crampon. Sie finden hier um die 250 Blasinstrumente der Buffet Crampon zum ausführlichen Anspielen in verschiedenen Räumen, sodass wir auch einem größeren Ansturm gewachsen sind. Da haben wir die Hauptaufgaben in drei Teile unterteilt. Als erstes Mal sind wir zuständig für die Produktion der Melton-Instrumente. Die zweite Aufgabe, die wir haben, ist Research und Development von allen Instrumenten der Buffet Crampon Deutschland. Das geht von der Piccolo-Trompete bis zur Tuba und über das Horn, über alle Instrumente, die wir im Portfolio haben. Und die dritte Aufgabe, die wir dann noch haben, ist Customizing von den Instrumenten. Wir haben uns zusätzlich geöffnet. Hinter mir haben sie das offene Fenster zu unserem Brassatelier, wo wir auch in der Lage sind, noch weiteres Customizing zu betreiben, noch weitere individuelle Anpassungen auf Wunsch vorzunehmen. Und wir pflegen natürlich den Austausch mit Musikern, denn es ist immer eine gegenseitige Befruchtung, wenn wir von ihren Wünschen hören und sie natürlich auch hineinschnuppern können und hinter unsere Kulissen blicken können. Wenn ich hier ein neues Instrument bestellt habe und ausprobieren möchte, wenn Veränderungen stattfinden sollen, realisiert werden sollen, dann ist es hier unglaublich einfach und schnell machbar. Hinter mir sehen Sie auch eine kleine Bühne mit gutem technischen Equipment, wo wir die Möglichkeit haben oder wo Sie die Möglichkeit haben, sich selbst aufzunehmen und noch feinere Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen heraushören können. Und natürlich ist das auch für Auftrittsmöglichkeiten gut geeignet. Wir können hier ganz gut bestuhlen für kleine Mini-Konzerte. Die Akustik ist super. Das heißt, wenn ich hier die ganzen Tuben ausprobieren möchte, dann habe ich einfach ein sehr einladendes, Ich freue mich, dass ich meine Studenten auch mitbringen darf. Für mich ist es sehr wichtig, dass die Studenten die Nähe zum Instrumentenbauer spüren und kennenlernen. Das ist einfach fantastisch. Und die dritte Aufgabe, die wir da haben, das ist Sonderanfertigung. Wir bilden jedes Jahr Instrumentenbauer aus. Die Ausbildung dauert drei Jahre und wir sind besonders stolz darauf, dass wir schon mehrere Landes- bzw. Bundessieger unter unseren Mitarbeitern haben. Denn wir haben auch unser Forschungs- und Entwicklungslabor befindet sich auch hier am Standort in Geritzried. Im Bereich Forschung und Entwicklung sind wir natürlich froh über den Standort Geritzried, weil in Geritzried ist die Nähe zu München gegeben. Und wir haben dadurch die Möglichkeit, mit sehr vielen großen Musikern zusammenzuarbeiten, mit den Wiener Philharmonikern, Berliner Philharmonikern, aber auch sehr viel aus dem Ausland, Amerika und so weiter. Ich finde es einfach wunderbar, dass ich hier in Geritzried so außergewöhnliche und kompetente Fachleute antreffe. Das heißt, wenn ich als Musiker komme und eine Idee habe, dann treffe ich hier auf Instrumentenbauer und Entwickler, die einfach sofort Ideen haben, wie man das umsetzen kann. Und das ist für mich als Profimusiker einfach unglaublich wichtig, dass ich darauf zurückgreifen kann und dass ich das hier vorfinde, dieses Know-how und diese jahrzehntelange Erfahrung am Instrumentenbau. Da ist es besonders gut, mit den Musikern zusammenzuarbeiten und eben diese neuen Instrumente mit ihnen zu entwickeln, denn nur zusammen mit dem Musiker kann man wirklich große und hervorragende Instrumente bauen. Also schauen Sie gerne rein bei uns, am besten mit einem Termin, damit wir uns auch Zeit nehmen können. Wir haben hier professionelle Musiker und Instrumentenmacher, die ihre Sprache als Musiker sprechen. Und wir freuen uns auf das Fachsimpeln und den Austausch mit Ihnen. Also bis bald in Geritzried. Und wir freuen uns auf das Fachsimpeln. Vielen Dank. Vielen Dank.